Eure Liebe zueinander werden alle kennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13,35 Was ihr für einen Brüder, geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25,40 Wer seine Hand an den Fluch legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lukas 9,62